Meine Damen und Herren, Berlin bietet so einiges in den letzten Monaten, was man an Entscheidungen und Wahrnehmung haben kann. Eine der aktuellen Fragen, die sich dort stellt und diesmal nicht im bundespolitischen, sondern im landespolitischen Berlin, ist die Frage, wer regiert künftig im Roten Rathaus und mit wem. Da gibt es in den letzten 24 und 48 Stunden durchaus einige Entwicklungen und darüber können wir jetzt sprechen und sind verbunden mit dem landespolitischen Korrespondenten des ZDF oder man sagt dort ja ganz korrekt im ZDF-Landestudio in Berlin und zwar mit Nils Schneider. Herr Schneider, wenn Sie das für uns bitte nochmal einsortieren. Also Berlin kann wahlen, das hat der neue Wahlleiter jetzt nochmal in der Expertise festgestellt, aber kann Berlin auch Regierungsbildung? Wie ist der letzte Stand? Was müssen wir zur Kenntnis nehmen? Ja, es tut sich einiges und gleichzeitig ist aber noch nichts klar. Also um 16.30 Uhr trifft sich der Landesvorstand der SPD zu Beratungen. Angeblich, so Medienberichte, will die regierende Bürgermeisterin Giffey ihrer Partei vorschlagen, Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufzunehmen. Das wäre eine wirkliche Überraschung. Um 19.30 Uhr will Franziska Giffey vor die Presse treten und das Ergebnis dieser SPD-Sitzung dann verkünden. Der CDU-Landesvorstand trifft sich erst morgen, um zu beraten, mit wem man Koalitionsgespräche führen will. Ob das jetzt SPD oder Grüne sind, ist noch offen. Zwar tendiert die CDU wohl zur SPD, aber gestern gab es auch sehr lange Gespräche zwischen CDU und Grünen. Also diese Option ist auch noch möglich. Und die Grünen, das noch ganz kurz, wollten eigentlich erst nächste Woche entscheiden, wie es weitergeht. Möglicherweise müssen sie das nach den neuen Entwicklungen vorziehen. Die Sondierungsgespräche jedenfalls sind rum. Jetzt geht es um eine mögliche Koalition und die Frage, wer mit wem. Herr Schneider, Sie haben das jetzt angesprochen und schon mal skizziert. Also das, was Frau Giffey macht, war durchaus nicht direkt als Blatt auf der Hand. Eine Präferenz für Schwarz-Rot. Es gibt kein Dementi dafür, sondern immer mehr Berichte, die dies bestätigen, dass das jetzt ihre Option ist. Und viele könnten sich fragen, warum diese Wendung jetzt, wo sie doch die Option auf die erste Reihe gehabt hätte. Ja, das ist natürlich noch alles sehr spekulativ, aber es könnte sein, dass die Grünen in den Verhandlungen mit der SPD und den Linken zu hohe Forderungen gestellt haben. Es gibt Gerüchte, die Grünen hätten zwar Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin mitgetragen, aber wollten zukünftig Mitspracherecht bei all ihren Entscheidungen. Und das wäre natürlich ein starkes Stück. Es könnte auch sein, dass es persönliche Gründe hat und Franziska Giffey dem Eindruck entgegenwirken will, sie klammere sich ans Amt, wenn sie weiter mit den Grünen und Linken koaliert. Mit der CDU würde sie in die zweite Reihe treten und dann dem Wahlsieger Kai Wegner das Rote Rathaus überlassen. Und Herr Schneider, durchaus eine Option für den Wahlsieger von Berlin, für den CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner, ist ja die schwarz-grüne Option. Was weiß man denn über die Lockerungsübungen dieser Formation? Ja, CDU und Grüne hatten gestern Abend ihre letzten Sondierungsgespräche. Die gingen bis in die Nacht und waren vier Stunden länger als eigentlich geplant. Die CDU sprach danach von sehr, sehr guten Gesprächen und dicken Brettern, die gebohrt worden wären. Und die Grünen sagen sogar, man hätte Einigungen erzielt, etwa beim Weiterbau der Startautobahn 100 und sogar beim Thema Enteignungen von großen Wohnungsbauunternehmen. Genaueres wissen wir aber noch nicht. Also vom Tisch ist diese Option noch nicht. Es bleibt also weiter spannend. Und apropos vom Tisch, Rot-Grün-Rot, also die bisherige Formation, die ja amtierend im Amt ist. Das heißt, wir haben auch jetzt keinen direkten Zeitdruck. Ist das tatsächlich endgültig weg oder kann das noch kommen, wenn, sagen wir mal, nach einem Abgang Giffey noch ein Nebenkönig berufen würde? Ja, da haben Sie völlig recht. Das kann noch kommen. In Berlin weiß man das nie so ganz genau. Die Linke zum Beispiel hält daran fest, an dieser Koalitionsmöglichkeit. Es ist ja auch ihre einzige Option, zu mitregieren. Bei der SPD wird es darauf ankommen, ob der Landesvorstand und die Partei, die in Teilen ja sehr links sind, dem möglichen Wunsch von Franziska Giffey folgen wird. Da könnte es noch heftige Diskussionen geben. Und bei den Grünen würde ich sagen, ist jede Option mit 50-50 zu bewerten. Ganz herzlichen Dank für diesen Zwischenstand aus Berlin, denn die Dinge sind in Bewegung. Nils Schneider, Korrespondent im ZDF-Landesstudio in Berlin. Herzlichen Dank. Grüße nach Berlin.